Wann ist er? So, dann gehst du noch. Läuft er mit den Eintrittieren oder? Oder hast du es nicht gehört? Oder hast du es noch präsentiert? Ja, das ist ja auch. Er hat aber gesagt, dass sie es nicht gehört hat. Nein, was ist nicht? Echt nicht? Hast du auch nicht gewusst? Ich habe den Hund angeholt und den Hund angeholt. Da steht sie schon zu mir. Ich habe den Hund angeholt. 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 Ich muss jetzt einfach zahlen. Ja, nicht ganz. Ich habe sie natürlich noch runtergelassen. Und Ausmerkungen machen lassen. Nein, jetzt! Ich habe den Hund angeholt. 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 Kannst du nicht? Geh, du machst es sech. Du bist ein Verhältnis. Jetzt gib ihn. Hopp, hopp, hopp. Ich hätte mich so müde gehabt. Oh, du hast auch geschwankt. Leck da hin! Was hat er jetzt gemacht? Was war das? Das war es. Sehr klar. Gut. Oh, Pierre! No! Das ist nicht. 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 Das ist nicht.